Und Willkommen zurück zu Pokémon! Ich habe immer noch keinen Namen für dieses Format, aber als erstes nehmen wir hier diese schwarze Aprikoko mit. Die Probleme sollten jetzt behoben sein, was die CPU-Coding angeht. Sollte jedenfalls. Ich garantiere für nichts, aber es sollte gehen. So, Käfersammler Mark. Krippok! Oh, okay, hallo. Schlinge, das schaffst du, das schaffst du. Er ist nur ein Krippok. Jetzt ist nur die Frage, ist es jetzt ein Unlicht- oder ein Geist-Pokémon? Ist es jetzt ein Unlicht- oder ein Geist-Typ? Also der Gegner. Ein Geist-Typ. Okay. Wo ist die, Tür? Ach, einfach auf genug Einspucken, da geht's. Sag ich ja. Nach sowas w구. Die Schaffstelle ist in der Kriege zwei bis zwei. Äh, Tja. Gäger? Äh, das wäre natürlich fast schon bedrohlich, wenn's nicht Level zwei wäre. DAS Ciao. Schlingli erlernt Heilung. Zwölfins, ja bitte habt doch noch stärkere Pokémon. Aber naja, auf Level 3 sind die halt nicht stark. Was ist das Problem? Auf Level 3 kann ich mir eine bedrohlichere Sache vorstellen. Und vor allem sind alle One-Shot. Schlingli, ich hoffe so stark zu sein. Ich glaube aber durchaus, wir haben gute Chancen, diese Nass-Lock zu schaffen. Hey, du gefällst mir richtig gut. Also ich gehe täglich auf Pokémon-Pirson, aber will ich an Alfa-Märin im Gras. Wenn du möchtest, teile ich deine Freunde. Ja, hier. Da hast du meine Nummer. Call me, baby. So, ähm. Zack, zack, zack. Müssen wir Gilbert weiter trainieren. Oh, Klaas-Mobel. Nein! Oh, Quana, so anmutig. Fast schon so anmutig wie, äh, wie Minutic. Aber nicht ganz. Das einzige Problem an Quana ist, es hat unfassbar viel Leben. Es läuft die Ebene-Entwicklung mit den meisten Lebenspunkten. Und das zu Recht. Denn während Flamara und Blitzer gute Attacken haben, hatte meiner Meinung nach Wasser schon immer einen Nachteil. Deswegen fühle ich es ganz gut, dass Aquana so viel Leben hat und dann halt als Tank benutzt werden kann. Wenn ich jetzt nicht so viel Schaue machen würde, wäre es auch recht super. Und Blut-Sauger ein weiteres Mal! Und dann noch einer Stauner sollte reichen. Ich weiß nicht, wie viel XP ich für Aquana kriege. Vielleicht reicht es, äh, rechte Hand. Ja gut. Wichtig gesagt, ne. Äh, jipp. Was? Was? Das hat wahrscheinlich auch einen HP gehabt oder so. Mann, ich hätte es jetzt echt gerne angefangen. Ach, Menno. Gut, ich glaube, das reicht für ein Level. Nicht ganz. Nicht ganz. Okay, interessant. Ha, Heiler. Juhu. Nein, zu drauf. Noch einmal Aquana, aber... Oh, ne, 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 das tue ich mir jetzt nicht an auf die lange Prozedur. Das macht... Nein, das macht Sturkopf. Denn Sturkopf muss auch bei Level 10 erreichen. Okay. Wow, sogar Sturkopf braucht mir jetzt zwei Attacke. Aber ich muss auch sagen, unser Schlengli ist der stärkere Punkt. Komm mal. Apropos unser Schlengli. Äh, unser Schlengli wird wahrscheinlich recht früh eine Eisattacke erlernen. Ich würde sagen, wodurch wir wahrscheinlich die erste Rede schaffen. Aber, tja, ist ja alles randomized. Wir wissen ja gar nicht, was das für Typen sind nachher. Mist. Wahrscheinlich ist das erste, gegen was wir kämpfen, eine Drachenarena. Wenn das der Fall sein sollte, dann drehe ich durch. Weil Drachen sind, äh, in Generation 2. Wobei, wenn wir sagen, es ist Generation 4 eigentlich. Ähm, Drachen sind aber trotzdem total stark. Okay, jetzt bin ich jetzt schon. Sie sind trotzdem total stark. Besonders im Early-Game, weil das bei dem ist. Wenn die Drachenmuth haben, machen sie 40 Schaden. Und das tankt absolut keinem Pokern. Noch dazu hätten wir keine effektiven Attacken. Außer, naja, nee, hätten wir nicht. Weil, nicht mal unser, ähm, liebes Lührer. Nicht mal unser... Oh, Freaks. Du bist echt schnell. Du hast mich in Windows-Ein überholt. Ich glaube, Freaks, dafür bekommst du jetzt Lass von mir. Hier. Freaks, erhält Kampfkamera. Freaks, erhält Kampfkamera der Basis. Seid im Tasche und das auf ziemlich epische Art und Weise. So, ich gehe jetzt mal... Äh, ich, äh, schlimmer hoch. So, ich gehe schon mal weiter. So, ich gehe schon mal weiter. Auf geht's, Merrin. Was sagt Gilbert dazu? Das dachte ich mir. Viola City, einer meiner absoluten Lieblingsstädte, muss ich sagen. So, wir heilen deine Pokémon. So, wir haben hier einige Möglichkeiten, ein neues Pokémon zu fangen. Die erste besuchen wir jetzt auch, wenn ich richtig gehen würde. Hier gehe ich definitiv nicht richtig. So, und die erste Möglichkeit, ein neues Pokémon zu fangen, betreten wir auch gleich. Kurze Anmerkung. Hier unten würde man für gewöhnlich Voltilam fangen. Und ich hatte damals, als ich Pokémon Silber gespielt habe auf meinen Gameboy-Embands, äh, hatte ich immer das Verlangen, ein Voltilam in meinem Team zu haben. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hatte es. Ich wollte immer ein Voltilam haben. Aber was kriegen wir diesmal mit auf die Reise? Es ist ein... Relikant. Interessant. Ja, ich wollte es haben. Das Problem ist nur, Relikant hat das gleiche Problem wie andere Pokémon, die ich schon gehört habe. Äh, sie haben einen unfassbar hohen Fangenwert. Äh, nicht kriegen. Ja, meine Relikant ist ein Urzeit-Pokamon. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir mit Relikant wollen. Aber ich werde es einfach fangen. Denn... Lieber habe ich nachher ein Pokémon mehr, als zu bereuen, dass ich, äh, K.O. gehe. Also, ich weiß nicht, was Relikant kann. Ich weiß nicht mal, wie man es trainieren müsste, damit es stark wird, weil... Das einzige, wofür ich Relikant nutze, ist, äh, in Pokémon Omni, Rubin und Alpha Saphir, äh, die drei Golems zu kriegen. Ähm, sonst benutze ich dieses Pokémon nicht. Ich weiß auch nicht, wofür. Ich kenne auch niemanden, der Relikant wirklich benutzt in seinen Pokémon-Team. Ich meine, das hat wahrscheinlich einen guten Grund. Äh, darum machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Das hat wahrscheinlich echt einen guten Grund. Mal gucken Sie sich das an. Es ist, es ist, es ist, es ist nicht mal, es ist nicht mal unbedingt schön. Es ist einfach nur, es existiert einfach. So, Pokémon los. Das war knapp. Ah, das stimmt aber. Wenn wir noch fünf Pokobälle haben, als normale, dann bringe ich es um, weil ich will meine Pokobälle jetzt nicht auf Relikant verschwenden. Ich gebe noch mal einen Knopfender-Ton nach, ob ich da noch was Geiles hinne. Weil, äh, Relikant ist es mir nicht wert, weil, wie gesagt, ich hab, weil ich weiß nicht mal, worauf man es trainieren müsste. Oder wie man es trainieren müsste, oder was man wirklich tun müsste. Ja, 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 das sieht mir die ganze Zeit noch aus, als würden wir Relikant als potenzielle Teampartner verlieren. Ja, 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 ja. Okay, gut. Okay, gut, wir bringen es um. Das war schön, mit dir. Tschüss. Okay, ich bin mal. Und dann, ich bin mal. Ja, du hast ja auch schon gesehen. Ich brauche noch nicht. Wir haben kein Geld für neue Poké-Bälle. Ja! Kann ich aber hier irgendwas zu verkaufen? Was krieg ich dafür? Oh, 1500. Okay. Krieg ich dafür was? Äh, was dachte ich mir? Ja, ich brauch Poké-Bälle. Ja, sieben neue Poké-Bälle. Oh Gott. Ich hatte noch nie so einen Struggle mit Geld, weil ich noch nie so viele Poké-Bälle gebraucht habe. Aber ich weiß auch nicht, was wir für Pech haben. Ich meine, wir treffen gerade echt nur Pokémon, die den höchsten Fangwert, äh, EOB haben. Das ist halt echt nicht schön. Und ich dachte, ich krieg schon wieder die Warnung von High-Coding. Ich hab das doch eigentlich umgestellt. Warum hab ich immer noch dieses Problem? Ich kann es euch nicht verraten. Ich würde weder Glück viel spontan finden. Ach ja... Keiner Fenster-TuRm. So sehr wir hier auch wüten, der Turm steht felsenfest. Ich werde jetzt den einzelnen Menschen, der hier gegen die Kämpfe so sprechen. Ah, weiser! Amonitas! Oh, nein, nicht ein Amonitas! Ich liebe Amonitas, das einmal ist. Es wäre mein Lieblings-Fossil-Pokémon. Oh, klar, jetzt halt doch auf mit solchen Takt, bitte. Äh, es wäre mein Lieblings-Pokémon von der Fossil-Reihe. Gäbe es da nicht noch dieses Bargon? Heißt es Bargon? Ich weiß es nicht. Auf Englisch, glaube ich, ist es Bargon, keine Ahnung. Ah, Aerodactyl, sag mal, Gesteins-Pokémon? Oder einfach nur Fossil-Pokémon? Gäbe es da nicht dieses Drachen-Gesteins-Pokémon aus der sechsten Generation? Hat die siebte Generation eigentlich eine Fossil-Reihe? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, du müsstest wissen, ich spiel' gerade diese Generation auf einem 3DS, das ist komisch. Silber-Waah! Level 10 nennt es Silberblick. Georock, tatsächlich Gestein. Eine Drachen-Attacke wäre langsam mal nicht schlecht auf unserem Sturkopf, finde ich. Mal überlegen, was der schlimmste Typ wäre, den wir in der Arena gegen uns haben könnten. So, aber... Wassertafel. Was genau macht die Wassertafel? Halt, stopp. Das gebe ich doch mal unserem Schleckli. Wir lachen diesen Turbo und den Pokémon auf diese Weise unseren Dank auszurücken und damit wir nicht vergessen, was wir Ihnen verdanken. Ja, ich weiß nicht, warum ich hier mit so einem Akzentrum spreche, aber ich tue es. Noch ein Amonitas! Jetzt rechts aber! Amoroso! Amoroso! Interessant, ist das hier jetzt komplett alles auf den Stein ausgelegt? Das wüsste ich gerne. Das weiß ich nämlich nicht, ob das dann überall so ist, ob die jetzt hier allgemein auf den Stein ausgeht. Weil wenn ja, dann zählt das anscheinend als sowas wie eine Arena. Na... Oh, nix! Oh. Oh, nix ist ein Liebenstein. Ich möchte ihm auch mal melden. Aber ich scheine mir tatsächlich ausgelegt zu sein auf pure Stein. Was ich schade finde. Ich frage mich gerade, gibt es überhaupt Pokémon in diesem Kopf? Ich weiß gar nicht. Kann man hier überhaupt Pokémon fangen? Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Seelen. Was ist denn ein Seelen-Tau? Ich denke, ich habe jetzt einen Seelen-Tau. Wow, das ist... Wow, das ist für Latias und Latios. Ja, aber okay, ich will anfangen. So, gegen dich wollen wir auch kämpfen und zittert er wie Laub im Wind. Stolos! Ach du Scheiße. Aber ja, ne, Stolos ist Stahlboden. Stolos ist auch ein cooles Pokémon, aber ich bin der Meinung, es hat keine Mega-Entwicklung gebraucht. Ja, ich glaube unser Team hat da ganz gute Chancen. Doch, ein Ammonitas. Ich bin auch doof, Ammonitas ist doch nicht der Stein. Ammonitas ist Boden, ich trottel. Boden, Wasser, nicht Gestein. Mein Wille ist schwach. Epp, sich auf dich schneiden Wille, dein Pokémon, ooooh, haben wir verloren. Okay, also Frosttafel, warum finde ich so viele Tafeln? Ich war nicht auf dem Weg, das Pokémon und Reals um Leuchtung zu suchen. Okay, dann tu das mal. Geowatz. Wow. Es ist jetzt so cool. Wow. Ja gut, hab ich gesagt, dass es easy war. Noch bin ich nicht Meister meiner selbst, aber ich hoffe, Meister verloren. Mobei, oha, das sind die Schwenk-Schütze. Ich wollte gar nicht auf das, was ich sehen. Ich wollte gar nicht auf das, was ich sehen. Damit macht sowas Schaden. Keine Ahnung, ich konnte es nicht lesen. Mein Gehirn hat geradeaus gesetzt. So. Äh, nein. Zack, zack. Schlängli macht den Rest. Es ist schließlich Bodenarena. Das könnte man besser sehen als Schlängli. So. Ich hatte gerade ein kleines Problem. Hier auf meiner Tastatur. So, was will er uns entgegenwerfen, was uns vernichten könnte? Despotar? Okay, das ist echt uncool. Aber... Okay. Das ist echt uncool. Aber... Das sollten wir haben. Das ist ein Schlängli. Das ist ein Schängli. Das ist das Schängli-Sohn. Das Gute an diesen, äh... Tier 3-Pogmon. Tier 2, Entschuldigung. Ähm... Ist halt einfach, äh... Sie haben keine Schlagattacken. Aber sie die alle erst zu spät lernen. Aber... Dieses Vieh hat jetzt zweimal meine Verteidigung gesenkt. Einmal stark, äh... sehr stark. Und einmal normal. Deswegen... Es hat das Gute. Diese Tier 2-Pogmon haben nichts. Hey, Schlängli erreicht Level 10. Und das auf ziemlich anmutiger Weise. Armaldo... Gott, was war denn Armaldo? Du bist ein Armaldo, okay. Das war ein Armaldo. Sie haben eine Verwaltung. Du bist ja nicht zu Hause Nein. Aber du bist ja gar nicht zu Hause. Aber du bist ja gar nicht zu Hause. Was erwarte? Gegenwehr gibt es nicht! Es wird bei den Zeitraum. Und ein Schäfer. Du bist ja nicht zu Hause. äh äh Nouaaaaaaaaaaaaaahahaha Er will uns plumpflopflupin land Ich kämpfe jetzt gegen ihn oder was, los geht's! Regirock, ach du scheiße, hallo! Gut, es ist das erste Ligi, was wir finden! Interessant! Aber es wird sterben! Oh, das ist das erste Ligi! Oh, das macht nicht so viel Schaden, wie ich dachte! Ich muss sagen, nach jeder Attacke, die ich nicht einschätzen kann, bleibt mir ein kurzes Herz stehen, weil ich nicht weiß, wie viel Schaden das macht, aber Regirock scheint nicht so viel Schaden zu machen! Ach ja, schon endlich auf Level 11! Wunderschön! Wunderbar! Lunastallen! Heckel! Nein! Wow, der Teckel hat noch fast Bärschal, als der Stampfer! Ach, das war auch Level 10! Okay, verständlich! Das ist eines dieser Fossil-Pokémon, die ich nicht verstanden habe! Was soll's darstellen? Ne ausgestoppte Blume? Verrate das Video, ich weiß es nicht! Was soll's darstellen? Ne ausgestoppte Blume! Das ist jetzt gar nicht frei! Ich weiß nicht, was ich darstellen soll! Einfach ne Blume! Was soll's darstellen? Ne ausgestoppte Blume! Ach, sehr gut! Ja, ich weiß! Ich weiß! TM-70! Pan- Ah, lol, nein! Panzerfossil, lol! Oh! Nice, Popo! Um... 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 Leute, Leute, ich glaub wir haben ein neues Siebel-Glied. Nein! Oh mein Gott! Wenn ich es ins Gefangen kriege... ...mich dauer...mich gg. And I want it so badly. I want it! Ich hab, glaub ich, noch nie ein Pokémon so sehr gewollt. Oh mein Gott! Ein Entei! Oh mein... Ah! Puh! Wir sind, glaub ich, die größten Lacker überhaupt. Okay, wir haben zwölf Pokémon. Ich hoffe, das reicht. Eins. Okay, es wird schwer. Sagen wir es so. Es könnte sein, dass es nicht reicht. Aber ich vertraue auf das Geld der Karte- äh, der Pokéwelle. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Entei, du willst auch Teil meines Teams werden. Ich weiß es doch. Komm schon. Entei, du willst es. Ich weiß es doch. Komm schon. Komm schon. Du hast gar keine Wahl! Du wirst Teil meines Teams. Komm schon. Komm. Ich hasse es, warum muss das so stark sein? Shantai, du musst mein sein Komm schon Ah, du willst es auch Ich weiß, dass du es willst, Entai Du kannst es nicht leugnen Ich weiß, wie sehr du mein Team willst Und deswegen musst du jetzt auch drinnen bleiben in diesem Pokéball Komm schon Komm schon I want it so badly Zwei Pokéball haben wir noch Komm schon Der wird jetzt nicht, aber der nächste Der danach Ja Okay, der letzte Pokéball wird es Der letzte Pokéball wird es Und gefangen Nein, noch nicht Wir haben keine Pokéballe mehr Nein, es wäre so schön gewesen Es wäre so schön gewesen Es wäre doch so schön gewesen Minion Tatsächlich ist der Pokéball, der ich eher selten sehe Aus gutem Grund Außer dem, ich mag diesen Schrei von Minion nicht Das ist nervig Nein, ist wohl hier Ach, Mist Endteil war mein Aber es sollte wohl nicht sein Du musst sagen, schuld Okay, ich wusste nicht, dass es so eine Person gibt Und hier nicht im Spiel, die sowas tauschen Aber Aber Ja Wir machen in dieser Folge noch die Arena Als Wiedergutmachung Dass wir Endteil nicht fangen konnten Oh, Panze Boben-Pokémon I see Hat der Nofenzerturm die gleiche Präferenz wie diese Arena Ist das möglich Dass dadurch Hier auch jetzt Boben-Pokémon vorhanden sind Aber das würde ich durchaus möglich halten Oh, ich wollte dich plötzlich eng rennen Ah, bist du in die Stimmen gefahren Respekt Und die Steppen Oh Gott, Philipp Zeige doch mal, was du drauf hast Depp, 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 depp Latia Oh Psycho-Pokémon Oh Gott, hier ist ein Drache Aber Ich weiß, es geht sich über unhilf Ey, ein Stuhlkrebs Oh nein, ich wurde schraubt, das ist scheiße Ich hasse diese Attacke So, bis, auf geht's Oh, tot Lamus Finde ich zum Lamus Hat er nicht gesagt Los, Gilbart Mach es tot Warum kann das Vieh gähnen Mein Gehner ist die Wunerfix-Attacke überhaupt Okay, I see Wieder zurück Schu-Kopf Hast du auch irgendwelche Attacke, die Schaden machen? Ich glaube nämlich nicht Okay, du hast viel Verteidigung Hör auf damit Stuhl-Kopf Los Ich weiß ganz genau, wie ich diese Folge nennen werde Ein fast schon legendärer Zuwachs Man, das mit ihnen enterregt mich auf Es war meins und dann, zack Was war weg? Ich bin Falk, der Rehnerlein, wie viele sagen, mit Elektro-Attacken können wir ein Pokémon von Typ Hürger und ganz seitdem viel geschossen, aber machen sie mir irre, bin lustig Das kann ich nicht verstehen lassen Deswegen hast du jetzt wohl auch die Bezirung Halt Kate Heißt er jetzt noch Ups Leiter Kate Für mich gesagt, wo in genau Der kam Äh, vor die Garde, ist das nicht eigentlich sowas wie die Gings? Ich dachte, nein, ist das ein Scanner oder so Der Morgen genau ist besiegt Ich wollte tot sagen Sturgebarkeit, Level 13 Noch ein Luna-Stein Boden-Psycho-Pokémon, ja Aber jetzt wird mir der Wind aufgeregt verleihen Härtner Wirklich jetzt Härtner Du denkst, dein Härtner rettet dich gegen den Bichs meines Stuhkopfes Das höchstens unvermeidlich heraus Noch bin ich nicht abgeschürzt Ja, ich sieh Oh, Gott sei Dank Ich schläge die Hälte es ab Sehr schön Okay Da Da Hatte ich doch gerade gleich die Panik Aber kein Problem, kein Ding Dann werde ich eben hellenhaft zum Boden gehen Das wirst du Das wirst du, Kate Perfixst du an die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters Weil ich bin kein schlechter Verlierer Hier in diesem offiziellen Orden, der ein Pokémon Er bescheinigt dir, dass du gegen mich gewonnen hast Hier vielleicht in den Flügel-Orden Freestyle, den Flügel-Orden Auf ziemlich epische Art und Weise Wenn du besitzt das Flügel-Orden bist Gehorchnen dir alle Pokémon Der einem Level bist von bis zu 20 Auch außerhalb des Kampfes Kannst du damit den Unzertremmer reinsetzen Und hier hast du noch eine TM von mir Jetzt benutzt der Pokémon Eine TM, er lässt es umgehen Aber überlege dir gut, welchen Pokémon Diese Ehre zerteilt Denn eine TM lässt sich nur einmal einsetzen Der hält übrigens Ja, das ist schön So Aber ich würde sagen Das sind echt die Okay, das sind echt die gleichen Okay, interessant Ah, nein, Ende So Dann gehen wir jetzt wieder an den Anfang der Arena Wir treten so kurz hinaus, weil wir jetzt einen Anruf kriegen Von Lind Hallo Freese Ich habe mich auch eine Entdeckung gemacht Genau, das kann ich noch nicht richtig sagen Aber ich möchte unbedingt, dass wir das Ei an dich nimmst Wenn das ist der Fall, dann proben wir uns mal mal vorführen Oder was wird dir auf dich Gut, dann holen wir uns das Ei ab und danach beenden wir die Folge Nein Schon besser Dann habe ich mich darum gebeten, auf dich zu warten Ja, meine Bitte an dich Und zwar hätte er gerne, dass du das Ei an dich So So Ja, wir wissen alle, was so ein Punkt mal da passiert So Geh Tschüss Mann So Jetzt können wir die Folge überhinden Auf jeden Fall Hoffe ich, es hat Pff Und dann nur dieses Ei Oh, ich verstehe, es ist der Punkt Also, es hat es also auch Versorgungsgeschichte Und dieser gab es dann an euch weiter Oh, das ist der Punkt Ich glaube, ich muss das mal sein Vergessen es bitte nicht Jetzt ist bitte mit viel Hingabe auf Verstehen wir uns? Go, dann begegnen wir überhaupt nicht wohl Okay Darf ich jetzt bitte? Danke Oh, dann würde ich sagen Wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Wenn es heißt Let's Play Pokémon Ich habe immer noch keinen Namen Für dieses Format Tschüss